Sprunger. Tor! Ein weiteres Beispiel dafür. 15. Spielminute. Junior Sprunger zum 2 zu 1. Das also Tor Nummer 10. Damit zieht er mit Kilian Motte gleich. Was die besten Torschützen bei den Freiburgern betrifft. Der lange Zug erwartet. Und erwischt da Ciaccio. Ja, genau in der Ecke. Also auch da passt eigentlich. Alle Augen auf Reto Suri, die 26. Mister 1 zu 0. Maschini. Das ist ja ein Traumtor mit der Rückhand. 3 zu 1 Lino Maschini. Und wie macht er das denn? Chapeau. Das ist ein Traumtor. Doppelpack von Maschini. Achtes Saisontor. Wow, 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 wow. Vom Bulli weg. Hier sieht er die Lücke. Schnell auf die Rückhand gelegt. Und da musst du erstmal so viel Druck auf den Puck bekommen. Teilweise sind noch nicht immer alle Zuschauer auf ihren Plätzen. Da haben sie gleich mal ein Sahnestück verpasst von Lino Maschini. Die. 22 Sekunden gespielt. Jetzt an der Scheibe. Für Lindgren. Lindgren, klasse gemacht! Klasse! Lindgren mit dem 2 zu 2. Was für ein Treffer! Von Bertou Lindgren, wie er hier den Biel-Verteidiger aussteigen ließ. Bertou Lindgren, 2 zu 2, ein Paukenschlag auch zu Beginn. Das Zweindrittel zieht noch einmal. Higier mit dem Zuspiel. Und dann vorbei an Mauro Dufchner. Bertou Lindgren. Da sieht Dufchner schlecht aus. Und Lindgren bezwingt auch Elia Pupp zum 2 zu 2. Da sieht Dufchner richtig aus. Das war nicht so. Ich glaube, wir lieben zu weiter. Es wird hier bei 4.